Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Koffeinus.de. Heute gucken wir uns mal wieder eine French Press an. Das hatten wir lange nicht mehr im Kanal und es ist ganz spannend, mal wieder was damit zu machen. Und es geht heute hauptsächlich um den Koffeingehalt. Und Kaffee aus der French Press knallt nämlich richtig, hat richtig schön viel Koffein. Wir haben das im Labortest getestet. Und wie viel Koffein wirklich im Verhältnis zu anderen Zubereitungsmethoden in so einer French Press steckt, darüber reden wir heute. Und im späteren Video machen wir dann nochmal eine neue Anleitung, wie man eine French Press am besten benutzt. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß hier bei diesem Video. Nebenbei mache ich jetzt einfach mal schön Kaffee, wie sich das hier gehört. Und bei einer French Press ist halt besonders wichtig, dass ihr das Kaffeepulver relativ grob malt. Der häufigste Fehler ist bei einer French Press zu feines Kaffeepulver. Und wenn das zu fein ist, dann geht nicht nur der Stempel schwer runter, sondern das wird auch alles ziemlich kräftig und bitter und intensiv und überextrahiert. Und das wollt ihr gar nicht unbedingt haben. Ich persönlich mache das auch immer ganz einfach bei einer French Press. Ich brühe die auf. Wenn ich dann fertig bin damit, rühre ich einmal ein bisschen um, damit das Kaffeepulver gleich verteilt ist. Dann mache ich den Deckel rauf und dann lasse ich die wirklich für drei bis vier Minuten komplett in Ruhe. Mach dann den Stempel runter und fertig. So unkompliziert kann das sein. Es gibt ganz viele andere Anleitungen. Könnt ihr gerne alles ausprobieren. Es gibt viele Leute, die dann das Kaffeepulver von oben abschöpfen. Das kann man machen. Der Geschmack und die Struktur von dem Kaffee verändert sich dann auch jeweils. Ich finde aber an dieser French Press gerade das Tolle, dass das so einfach, so simpel ist. Und deswegen finde ich persönlich, das ist aber meine Meinung, konterkariert das die Idee von einer Kaffeepresse, wenn man das jetzt komplizierter macht, als es ist. Weil das Schöne an dieser Zubereitungsmethode ist einfach, dass es so einfach ist. Und wir haben jetzt ja noch ein paar Minuten Zeit, bis er fertig ist. Noch drei Minuten Zeit. Ich wollte euch nochmal auf uralte Videos von mir hinweisen. Weil das erste Video in dem YouTube-Kanal hier ist ein French Press-Video. Das war noch so ein Voice-Over-Video. Das ist auch gar nicht meine Stimme, sondern die von Mauricio, die er da findet. Wenn ihr da Lust habt, mal ein zehn Jahre altes Kaffee-Nesse-Video anzugucken, dann könnt ihr mal in die Videoliste ganz nach unten gehen. Ich verlinke euch das hier drunter aber auch nochmal. Das ist das erste Video, was noch online ist, was wir veröffentlicht hatten. Ein paar Säulen, wird gemunkelt, auch verschwunden sein mittlerweile, weil bestimmten Leuten unangenehm war, dass die noch online waren. Aber das ist das älteste Video, das noch da ist. Das letzte French Press-Video ist von vor drei Jahren. Ich hatte so im Kopfhörber gerade eine Anleitung gemacht. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch nochmal eine neue detaillierte Anleitung jetzt geben zum Thema French Press und wie man damit Kaffee macht. Weil das einfach immer noch so ein Standard-Ding ist. Und das ist auch was, womit ich im Blog angefangen habe. Als ich 2007, 2008 anfing, coffee-ness.de zu schreiben, habe ich alle Kaffee-Verkostungen immer nur in der French Press gemacht. Das ist eine Zubereitungsmethode, die mich da sehr lange begleitet hat. Im Moment mache ich eher viel Filterkaffee aus dem Handfilter, aber ich fühle mich dieser Zubereitungsmethode immer noch näher verbunden. Nicht nur, weil die Kannen so schön heiß werden, sondern weil das einfach eine tolle Art ist, Kaffee zu machen. Wir haben ja, und da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht, eine Studie gemacht dazu, wie viel Koffeingehalt in welchen Zubereitungsmethoden sind. Und ich habe euch ja schon ein bisschen gespoilert und vorangekündigt, dass in so einer French Press einfach viel drin ist. Und es ist tatsächlich so, von diesen Zubereitungsmethoden, mit denen man schwarzen Kaffee macht, ist das, wo am meisten Koffeingehalt drin ist. Das Einzige, wo noch mehr Koffeingehalt drin war bei unserem Test, ist aus so einer Aeropress. Da habt ihr aber nur eine relativ geringe Menge. Hier macht ihr ja richtig jetzt schön so einen Liter Kaffee. Und in der Aeropress ist zwar dann pro 100 Milliliter ein bisschen mehr Koffein drin. Ansonsten sind bei denen pro 100 Milliliter Angaben, wo wir mehr Koffein hatten, das sind dann nur Zubereitungsmethoden wie Ristretto, Espresso, Espresso aus dem Vollautomat, Espresso Kocher. Dann hatten wir die Cold Brew Methoden, also Cold Brew, der 24 Stunden gezogen ist, Cold Drip und Cold Brew, der 8 Stunden gezogen ist. Und dahinter kommt jetzt schon die French Press. Und die French Press hat also pro 100 Milliliter mehr Koffeingehalt, als zum Beispiel Kaffee aus dem Handfilter, als Kaffee aus dem Chemex, als Kaffee aus der Filtermaschine, als Kaffee aus der American Press oder schwarzer Kaffee aus dem Kaffee-Vollautomaten. Der war sowieso die totale Lusche und hatte am allerwenigsten. Und jetzt ist halt die Frage, warum hat dieser Kaffee eigentlich so viel Koffeingehalt, obwohl der ja doch relativ grob gemahlen ist. Weil der ist jetzt ja relativ grob gemahlen im Vergleich zu Kaffee aus dem Handfilter. Müsste der dann nicht eigentlich weniger Koffein haben? Und das Geheimnis liegt einfach in der Kontaktzeit. Das ist relativ einfach. Ihr habt verschiedene Abhängigkeiten, die dafür sorgen, dass das Koffein aus dem Kaffeepulver gelöst wird. Und das ist einmal die Temperatur. Das heißt, je heißer das Wasser ist, desto mehr wird gelöst. Hier haben wir ja 96 Grad heißes Wasser, also relativ heißes Wasser. Und ihr habt aber auch noch den Faktor Zeit. Das heißt, je länger der Kontakt ist, desto mehr die Kontaktzeit ist, desto mehr Koffein wird auch gelöst. Das ist auch der Grund, warum dieser 24 Stunden Cold Brew, obwohl es kaltes Wasser ist, super viel Koffein hat. Weil einfach die Zeit so lang ist. Und hier habt ihr halt vier Minuten direkten Kontakt mit sehr heißem Wasser. Das heißt, da kann sehr viel gelöst werden. Und deswegen habt ihr auch einfach so einen hohen Koffeingehalt. Ihr könnt euch das auf koffeinis.de auch nochmal ganz genau in der Tabelle angucken. Da haben wir ganz genau aufgelistet, mit welchen Mahlgraden haben wir das gemacht. Wie viel Kaffeepulvermenge im Verhältnis zur Wassermenge haben wir genommen. Da habt ihr nochmal eine ganz genaue Auflistung, wo wir das genau aufgeschlüsselt haben. Auch die genauen Ergebnisse, weil wir das ja wirklich ins Labor gegeben haben. Aber wenn ihr so einen schwarzen Kaffee trinken wollt, dann ist so eine French Press auf jeden Fall die richtige Wahl. Der wird nämlich nicht nur richtig kräftig und hat so einen schönen vollen Körper, sondern der haut euch auch ordentlich Koffein in den Kopf. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich früher immer die Methode vor allem so bevorzugt habe. Weil da einfach viel Koffein drin ist. Ist auf jeden Fall eine super spannende Methode. Guckt euch nochmal den Test an. Das ist wirklich super spannend zu sehen, wie viel Koffein in welcher Zubereitungsmethode war. Wenn ihr den Kanal hier abonniert, freue ich mich auch. Dann bekommt ihr auch das Anleitungsvideo mit, das ich jetzt nochmal neu machen werde. Weil ich finde, alle drei Jahre kann man mal ein neues Video machen. Das eine ist jetzt zehn Jahre alt, das andere ist drei Jahre alt. Jetzt haben wir ein bisschen über Koffein gesprochen. Und dann machen wir jetzt nochmal ein neues Anleitungsvideo. Und wenn ihr Video-Wünsche habt, freue ich mich auch immer über Kommentare. Könnt ihr euch gerne was wünschen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß.